So, weiter geht's. Willkommen beim Modul 4, Kampagnenziele. Ihr wollt was verändern. Und weil das so ist, habt ihr Ziele. Es ist ganz wichtig, sich konkrete Ziele zu überlegen, für die ihr streitet und die ihr erreichen wollt. Damit nehmt ihr euch selber ernst und damit kommt ihr in der weiteren Planung weiter. Ohne Ziele ist alles doof. Denn wirklich zu wissen, wohin man will, macht einen viel attraktiver, glaubwürdiger. Ihr könnt Mitstreiterinnen finden und ihr könnt selbstbewusst Gegenspielerinnen oder auch Journalistinnen gegenüber treten. Es ist eine wichtige Kompetenz, Ziele bewusst auszuwählen und klug auszuwählen. Und tatsächlich gilt in der Kampagnenarbeit nur ganz selten, dass der Weg das Ziel ist. Definiert, was ihr wollt. Sehr hilfreich finde ich dafür die Zielpyramide. Die erlaubt nämlich, erstmal loszusammeln und dann zu sichten. Also, Ziele aufschreiben, auf kleine Karten, auf Notizzettel oder in den Raum gerufen. Und dann malen wir uns so ein Dreieck auf. Und in dem obersten Teil des Dreiecks, da kommen die langfristigen Ziele hin. Die, die vielleicht gar nicht wirklich erreichbar sind. Aber ich habe gelernt, die sind besonders wichtig. Denn diese Ziele sind ganz viel von eurer Motivation. Ihr seid zusammengekommen, weil ihr Klimagerechtigkeit erstreiten wollt. Weil ihr eine bestimmte Situation langfristig und groß ändern wollt. Weil die Welt schöner wäre, wenn niemand hungert. Wenn die Umwelt nicht so ruiniert werden würde. Wenn Frauen gleiche Rechte hätten. Und so weiter. Und so weiter. Die Vision kommt dann ganz oben in das Dreieck. Und dann gibt es Ziele, die könnt ihr schaffen, wenn ihr länger dran bleibt. Die wären realistisch zu erreichen, wenn ihr mehrere Jahre zusammenarbeitet zum Beispiel. Und es gibt Ziele, die ihr richtig konkret im Lauf eurer Kampagne erreichen könnt. Also, die Sortierung von oben nach unten ist nach der Langfristig- und Kurzfristigkeit. Und dann habe ich noch eine senkrechte Linie durch das Dreieck gemalt. Weil es zwei ganz verschiedene Kategorien von Zielen gibt. Erstmal, eben auch von mir genannt, gibt es viele nach außen wirkende Ziele. Also bestimmte politische Veränderungen, die ihr schaffen wollt. Der vermalete Parkplatz, dort wo heute der kleine Park in unserer Stadt ist, der wird nicht gebaut. Das ist euer konkretes Ziel. Wenn ihr dann aber sagt, es geht vielleicht weiter, dann kommt ihr zu Zielen, die ihr in einigen weiteren Jahren, weiteren Kampagnen und Aktionen erreichen könntet. Und eure Vision mag vielleicht sein, eine viel lebenswertere Stadt mit mehr Grün, weniger Platz für die Autos. Auf der internen Seite habt ihr aber auch Ziele. Und es ist tatsächlich wichtig, die sich auch genau zu überlegen und festzuhalten. Und sich vielleicht auch gemeinsam bewusst zu machen, dass keines davon unwichtig ist. Und dass ihr sie auch nur erreicht, wenn ihr euch drum kümmert. Für mich kommt fast immer in das untere Feld das Ziel, es muss Freude machen, in dieser Kampagne zu arbeiten. Genau, ich zeige euch mal, wie das bei der Kampagne Brot in Not ausgesehen hat. Wir haben gesagt, bei den externen Zielen, wir wollen erreichen mit unserer Kampagne, dass es keine weitere Förderung von Hybrid-Weizen-Forschung gibt. Dann haben wir gesagt, wenn wir länger dranbleiben, dann schaffen wir es, dass die Politik auf Vielfalt und bäuerliche Züchtung setzt. Anders als heute. Und im Bereich der Vision waren Ideen wie Zugang zu Saatgut wird eine Selbstverständlichkeit. Die Vielfalt der Ackerfrüchte wächst wieder und Hunger ist Vergangenheit. Und die internen Ziele waren, wir haben Spaß, wir wollen in dieser einen Kampagne auch schon Freude haben an der Zusammenarbeit und auch neue Leute gewinnen, die unser Newsletter abonnieren und mitlesen und an Bord bleiben. Der Verein Aktion Agrar, der hinter dieser Kampagne stand, wollte wachsen. Und die Idee war, wenn wir mehrere Jahre an diesem und ähnlichen Themen bleiben, dann werden wir auch wirksamer, weil größer und mit mehr Reichweite ausgestattet. Und Vision, die Bewegung für freies Saatgut, wird richtig stark und international. Es gibt super viele verschiedene Ziele und gerade die visionären Ziele sind manchmal schwer zu greifen, haben aber wirklich die wichtige Qualität, dass sie euch als Gruppe auch verbinden, weil ihr wisst, gemeinsam steht ihr dafür auf, gemeinsam geht ihr auch mal in den Regen in eine Aktion hinaus, weil es euch gemeinsam darum geht, etwas Großes zu schaffen. Umgekehrt ist es gut, sich mal zu überlegen, welche Kriterienziele haben können. Und es gibt ein Modell, das nennt sich SMART-Ziele. SMART ist eine Abkürzung und übersetzt ins Deutsche kämen dafür die Buchstaben in Frage spezifisch. M wie messbar, attraktive Ziele, realistisch und timed, das ist unübersetzt, das heißt auch zu einem bestimmten Zeitpunkt erreicht und abgeschlossen. Es ist ein bisschen Übungssache, Ziele auf diese SMART-Kriterien abzuklopfen. Wir haben das mit der Kampagne Brot in Not auch gemacht und haben zum Beispiel gesagt, spätestens im Mai wollen wir viele gesammelte Unterschriften beim Agrarministerium an eine wichtige Person übergeben und unsere Forderungen dort auch einmal erläutern können. SMARTes Ziel erreicht, damit war noch nicht das gesamte Kampagnenziel erreicht und die Welt auch noch nicht gerettet, aber wir wussten schon genau, da wollen wir drauf zuarbeiten. Manchmal werden SMART-Ziele ein bisschen technokratisch. Das ist dann lustigerweise in dem einen oder anderen Förderantrag gerichtlich, zu sagen, wir schaffen sieben Presseartikel über unsere drei Aktionen. Das würde aber sehr, sehr wenig sagen, was ihr bereits an eurem politischen Ziel schon erreichen konntet. Das sind dann sehr wenig zielführende Ziele. Tatsächlich ist es mir auch wichtig zu sagen, übt, was SMART-Ziele sind, setzt euch damit auseinander und formuliert einige für eure Arbeit. Vergesst aber nicht, mutige Ziele bleiben wichtig. Und auch Ziele, wo spontan völlig unklar ist, ob ihr sie wirklich erreichen könnt. Wo euch die Trainerin für SMART-Ziele vielleicht so ein rotes Fragezeichen daneben malen will. Die machen euch oft stärker und können Strahlkraft entwickeln und Leute in eure Gruppe bringen. Ja, zu zielen ist vor allem zu sagen, es gilt, sie zu finden. Deswegen setzt euch jetzt selber hin und versucht, ein Zieldreieck für euer Herzensthema zu entwickeln. Für die Kampagne, die sich so langsam bei euch entwickelt, die Großen und die Kleinen und die Smarten, und sortiert sie auf diesem Zieldreieck nach intern und extern ein. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Modul.